Information zu ICE 1617 nach Saalfeld über Leipzig Hauptbahnhof. Abfahrt 17.52 Uhr. Heute circa 10 Minuten später. Grund dafür ist eine verspätete Bereitstellung des Zuges. Information auf ICE 1617 zu Saalfeld, Weihl, Leipzig Hauptbahnhof. Departure 17.52 Uhr. Delayed heute bei über 10 Minuten. Due to delayed preparation of the train.